Mitarbeiterbeurteilung? Das ist doch Schnee von gestern, das macht man nicht mehr. Das wird oft gesagt. Aber andererseits müssen wir dennoch unseren Mitarbeitenden doch irgendwie mitteilen, wie sie unterwegs sind. Wir müssen sie irgendwie einschätzen und das auch transparent machen, um beispielsweise auch zu wissen, wen wir als Führungskraft intensiver fördern sollten. Mit den fünf Tipps aus diesem Video sorgst du als verantwortungsvolle Führungskraft dafür, dass deine Mitarbeiter genau wissen, wo sie stehen. Ganz unabhängig davon, ob es bei euch Mitarbeiterbeurteilungen, Leistungsbeurteilungen oder Ähnliches gibt. Hallo, mein Name ist Axel Rittershaus. Ich bin dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Weißt du, beim Thema Mitarbeiterbeurteilung geht es um eine ehrliche Rückmeldung zu der Arbeitsleistung der Mitarbeitenden. Und darauf haben sie doch auch einen Anspruch, da haben sie doch auch ein Recht zu wissen, wie sie gesehen werden. Wenn wir das richtig machen, dann motiviert das. Dann ist das hilfreich und dazu muss es auch konkret sein. Übrigens, es heißt Beurteilung und nicht Verurteilung. Es ist ein Dialog und kein Gerichtsurteil. Ich habe übrigens einige Vorlagen für Mitarbeiterbeurteilungen erstellt. Die kannst du herunterladen. Die findest du in einem Artikel, den ich hier für dich verlinkt habe. Nun, was müssen wir beachten bei Mitarbeiterbeurteilungen? Erstens, kurze Zeitabstände. Eine Mitarbeiterbeurteilung, ja die darf nicht nur einmal im Jahr stattfinden, im Jahresgespräch. Ein häufiges, konkretes, regelmäßiges und spezifisches Feedback ist wichtig. Dazu müssen wir sowohl positives Feedback richtig geben, als auch natürlich kritisches Feedback anmerken. Und das kontinuierlich. Dann weiß der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zum einen selber, wo jemand unterwegs ist und zum anderen hilft das, sich selber auch einzuschätzen, sprich zu beurteilen. Wie du übrigens richtig Feedback gibst, das erfährst du in diesem Online-Kurs. Tipp Nummer zwei zur Mitarbeiterbeurteilung. Klare Kriterien und Ziele. Wenn wir heute hochspringen, morgen weit laufen und übermorgen tief tauchen müssen, dann ist das keine sinnvolle Beurteilungsmethode, weil wir ständig die Kriterien verändern. Das darf nicht sein. Und das ist oft auch ein Kritikpunkt an Mitarbeiterbeurteilungen gewesen. Wir brauchen klare Kriterien und nachvollziehbare Ziele, vor allem, wenn es auch um die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden geht. Wir brauchen auch klare Kriterien und nachvollziehbare Ziele, damit die Mitarbeitenden selber beurteilen können, ob sie Fortschritte machen. Klare Kriterien verhindern auch Willkür, dass jemand willkürlich anders eingeschätzt wird. Das ist nicht immer einfach, ganz klare Kriterien zu definieren, vor allem, wenn es um Social oder Soft Skills oder Power Skills geht. Aber sie sind eben wichtig. Wichtig ist mir auch, dass ich die hilfreiche Videos produziere. Wenn dir dieses Video gefällt, drück doch jetzt bitte auf den Daumen nach oben Knopf. Tipp Nummer drei zur Mitarbeiterbeurteilung. Also nicht nur klare Kriterien und Ziele haben, sondern auch sinnvolle. Oft werden blödsinnige Kriterien definiert, die kaum oder gar nicht zum Erfolg bei der Arbeit beitragen. Zum Teil gibt es auch antiquierte Anforderungen, die uralt sind, die aber dennoch irgendwo in Beurteilungsbögen mit drinstecken. Das verscheucht Talente und junge Mitarbeiter. Da wird dann bloß, um irgendwelche Anforderungen zu erfüllen, dann etwas getan, obwohl es keinen Sinn macht. Und damit bringt es auch nichts. Es ist so wie auf eine Klassenarbeit morgen zu lernen. Und das ist zwar erst heute Abend zu machen, dann haben wir nämlich morgen nach der Klassenarbeit schon wieder alles vergessen. Und das ist Blödsinn. Wir brauchen Mitarbeiterbeurteilungskriterien, die Sinn machen. Denn dann verstehen auch die Mitarbeitenden den Sinn, warum sie sich auf etwas Bestimmtes einlassen sollen. Und oft ist das auch motivierend. Und damit kommen wir noch zu zwei weiteren Punkten, die mit am schwierigsten sind bei Mitarbeiterbeurteilungen. Tipp Nummer 4. Fakten statt Emotionen. Der Punkt ist der, wir als Mensch bewerten immer auch emotional. Immer grundsätzlich. Deswegen sind so klare Kriterien wichtig. Deswegen ist auch wichtig, dass die Kriterien nachvollziehbar sind für jemand anderen. Es gibt einen ganz einfachen Trick, wie du rausfinden kannst, ob du jemanden emotional oder doch sehr fachlich beurteilst und auf den Fakten basierend beurteilst, indem du nämlich die Beurteilung des Mitarbeiters einfach einer anderen Führungskraft vorstellst. Und ganz ehrlich, es spielt überhaupt keine Rolle, ob der oder diejenige dann den Mitarbeiter kennt, um den es geht. Wenn du so vorgehst, dann hast du nämlich den Vorteil, die andere Person, wirklich ist unabhängig, ob die andere Führungskraft den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kennt oder nicht, wird ganz schnell merken, ob du versuchst, eine emotionale Beurteilung durch fadenscheinige Argumente zu begründen oder ob du dich höchstwahrscheinlich stark an den Fakten orientiert hast. Und Tipp Nummer 5 zur Mitarbeiterbeurteilung, blinde Flecken berücksichtigen. Laut Professor Canning, einem Psychologieprofessor an der Hochschule Osnabrück, stimmen das Selbstbild der Mitarbeitenden und das Fremdbild der Führungskraft zu einem solchen Mitarbeiter nur zu 13% überein. Das heißt, zu 87% sehen wir Mitarbeiter anders, als derjenige sich selber sieht. Nun haben wir bei beiden einen Beobachtungsfehler, ziemlich sicher, weil wir eben oft nur das sehen, was wir auch sehen wollen. Deswegen sind häufige Dialoge miteinander, klare Kriterien und Transparenz bezüglich der Beurteilung so wichtig. Wir werden nie perfekt sein mit unseren blinden Flecken, aber ich glaube schon, dass wir mehr als 13% Übereinstimmung bei der Selbsteinschätzung der Mitarbeitenden und der Einschätzung durch die Führungskraft erreichen können. Als Führungskraft müssen wir auch selbstkritisch beobachten, welche Bewertungsfehler wir häufiger machen und entsprechend gegensteuern. Den Link zu den Vorlagen mit den Mitarbeiterbeurteilungen und zum Artikel findest du in der Beschreibung. Und wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch bitte den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben und seh dir diese beiden Videos an, die ich für dich rausgesucht habe. Und denk immer dran, Glück sei ein Talent.